Musik Auf zur Kamera. Ich bin King Kong. Was für ein Ball. Was für ein Ball. Es ist aber rund hier. Oh, was versucht er denn wieder da? Oh nein. Das war echt mal gut. Gut gespielt. Da stand leider der falsche Stürmer da vorne. Super Pass. Super Pass. Kommt der mir hingegen? Sag doch was. Ich hab ihn grad nicht gesehen. Lulululululululul. Oh. Und jetzt der Schuss. Lächerliches Tor. Steht gut und hat den Ball. Oh, was ein Pressschlag. Schlitzelt. Flach. Hey. Hey. Das ist die Chance. Magde ihn. Schuss Latte. Wie oft du an die Latte schießt bei sowas. Ich verstehe das gar nicht. Wie ist denn das möglich? Wirklich. Das war einfach. Jetzt kommt der Schuss. Blatt. Hahahaha. Ein Wurf. Die Partie ist fast vorbei. Und so wird es singen. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe. Ballbesitz. Ja? Hahahaha. 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 Lenk mich am Arsch. Das kannst du eigentlich keinem erzählen. Jetzt ist er auf und davon. Macht er ihn. Brillant gemacht. Dramtor. Er steht gut und hat den Ball. Da kommt der Schuss! Der ist so nöcherlich. Der ist so nöcherlich. Holter! Nicht der Peschke, sondern der hat... What the fuck! Ist das anstrengend mit dir. Das ist so anstrengend. Du guckst dir an. Ganz ruhig. Wow! Das ist mit meiner Stimme. Wow! So, das kenn ich ja gar nicht von ihm. Ab zum Keeper! Wie er den Keeper dann verlädt, Alter! Ja! Boah, ich dachte du hast den nur gegen den Pfosten und das war's! Ja, Mann! Alter! Er steht zwei Meter vorm Leertor und bolzt das Ding. Volle Möhre gegen den Pfosten! Aber mit links, Junge! Ach, er kommt, ne? Doch nicht! Jack! Oh, wie geil! Ich hab nur ganz kurz gedippt! Oh, du meinst schon aus, was denn? Was? Das war links! Und? Oh, ne. Ich bin jetzt selbst gestickt. Auch wenn ich... Was? Ich hab getippt, Alter! Wie kann man das denn so machen? Alter! Wie du sagtest, wir haben die Wien lang echt verdient. Wie... Loll! Nicht dein Ernst. Wie war das denn jetzt? Löt zitsch! Sehr zitsch! Ah, und er macht auch noch so, als wär das so. ledge Yellow! Ja! Übersch! Manchmal so... ErstSO einstrahl! Oh, ich dachte schon, ne! Hättest du mir jetzt ned run... Also, hättest du metßt denn ich dich gehasst. Verstehe ich voll und ganz. Aber wie ich damals schon zu Elfau ganz sagte, ich wusste das gar nicht. Ja, 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 ich wusste das gar nicht. Ich war mir sicher. Ja, 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 so wie immer sicher bist, wenn Gegentore fallen. Oh, Keeper, Alter. T-Punkt klein, da ist er wieder. Und Kondi? Egal, der ist. Und jetzt könnte es was werden. Schuss für Sie! NIEICE! Riech mein Furz. Jaa. Ekelar. Warum steht das verlangt gut vorbereitet? Sag es mir! Nein, 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 nicht, nicht, nicht. Nein! Lyt es auch, åh, Lyt er! Okay. Alter, ich glaube ich mache meinen Headset kaputt. Hahaha Hahaha Gleich erstes Flanke kommt wird das ne Chance Er trifft den Pfosten Hahaha Zumal er verteilt ich habe mit dem flachen Pass gerechnet Ich hab ne flache Flanke geschlagen aber dass die so hoch kommt Schrei Oh zapf dies Oh zapf dies Hier Oh zapf dies Hahaha Karate schuss Ja das haben wir schon in unserem Oktoberfest vom letzten Jahr gelernt im Restaurant Hatten wir auch so ein bayerisches äh Ach wie geil ey So weiter Ja 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 Ok Wir können auch wieder runter kommen ne Wann Wir müssen ein Tor schießen Oh Flo ist jetzt online Hahaha Hauf jetzt Abseits Hh 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 Ist ja gut jetzt Wir müssen uns hier konzentrieren auf das Spiel Hh 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 Bob Oh wie geil ey Warte wenn Olf jetzt Ich schlack Olf mal an Wenn er jetzt reinkommt dann schreie ich nochmal für dich Hh Wie geil das einfach war Der Fall ist Hh 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 Hih Was ist los mit dir Hh 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 So ein Nachtflasch hatte ich schon lange immer mit Ollf. Wir sind immer die Spinner, die ein Nachtflasch mit dem Scheiß bekommen, aber... Alter! Ey, ist ja gut! Wir müssen hier gewinnen! Das geht nicht, wenn wir lachen! Alter, ich weine voll lange! Ah, wenn Ollf jetzt reinkommen sollte... Oh! Wie ich den Ball aus dem Stadion kick... What's up? Ich war so nicht! Oh, ne! Ich bin so down! Ja, ja! Down sein mit Tobi! Oh! Wie geil! Was machst du denn da? Ach so, ne! Ich stell die Fatsche rein! Es geht ja dahin! Ich frag mich hier, hä? Warum sind wir hier so frei? Haben wir auch schon gut, was du da unten machst? Ich war hier die ganze Zeit ready und denk mir so Upside, so Scheiße! Oh, ne! Ne, jetzt ist es wieder vorbei! Ah! Okay, jetzt ist es wieder... Jetzt ist es wieder... Fokus-Mode, ja! Das ist unfassbar, wie du ihn einfach nimmst, da mit links, aus dem Stand, da und dann einfach diese Tore macht, ich verstehe es nicht. Wir gehen, so müssen wir nicht, das heißt, uh! 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 Da gibt es 2.000 Dinge, das hat man in der Spielschule, äh! Kindergarten, das heißt, der... Ja, das ist das Spielschule! Ah! Bei uns heißt das Spielschule! Show-Aid! Spielschule! 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 Richtig! Spielschule! Ich bin mal in der Spielschule oder was?! In dem Kindergarten oder was?! Easy! Der Ball ist kein Problem für den Sohn! Spielschule! Richtig Spielschulsniveau! Spielschule!